hallo liebe freunde hier ist euer pokémonie und heute beim teitschriften schreibwaren fachhandel kassen in hagel hat der sohnemann sich sechs booster geholt vom neuen set kamen sie nun und die möchte jetzt für euch zusammen aufmachen und ich dachte das werden wir als kleines video mit reinbringen abbrüßen kann nur letzte karte um jetzt die karte umdrehen genauso da könnte man vielleicht noch eine einen weit raus machen raten welche karte du hast und jetzt gibt mal durch schmetter hammer starrer lili platutu knills seconda klingel die werden nicht zu hause sofort gesleeft ja die wird zuhause gesleeft lief mal vorsichtig in die tür genau dann haben wir jetzt als nächstes die drei starter pokémon die karten erinnern mich immer noch krass an das japanische da wir den silbernen rand haben den grauen rand und er holt einfach in jedem booster und warum bei pokémon die denn nicht weil der papa die alle karten überlässt luca der grauen ist ja kapador magnetino energie umschalter hat die riesung picknick aber 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 an dem bomben das ist aber ich weiß nicht da waren mehrere karten jetzt machen wir mal die red energy red energy ich sag du hast die metallenergie ich sag ich hab die feuerenergie das wollte ich auch erst sagen aber ich dachte mir feuer ist gerade nicht in diesem booster drinnen und jetzt kommt der red ich sag metall luka sagt feuer und wasser damit wird das feuer gelöscht come on jetzt kannst du durchskippen wir haben wirklich aus allen vier packs nur karten von früher gezogen als holo karte jetzt haben wir noch zwei booster mit garadoss und miradon auf dem cover das magic kanto kokomon und garadoss lässt er sich das letzten über da hast du vielleicht das kadabra heute im booster denn ab diesem booster set ist kadabra wieder im star am start origella hat den kampf aufgegeben hat nachgelassen sagt ihr könnt kadabra wieder auf karte bringen vielleicht zielo rie als regular karte pepper noch plus da messerloh nach city stadion steht wollte das karte von mir und die nächste jetzt haben wir das letzte booster ich hoffe natürlich auf mini alter radars weil die ist zwischen 140 und 170 euro wert natürlich will der sohnemann gleich den jackpot aus dem garadoss booster ich sag pflanzenenergie was sagt ihr schreibt in die kommentare bevor ihr das video weiter schaut luka warte kurz habt ihr alle notiert ich sag pflanze was sagst du luka weiß ich nicht ähm wie tun wir jetzt nach vorne schon mal elektro sagst du nein ich sag pflanze wahrscheinlich hier so feuer 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 dieser red geht auf jeden fall an luka und habt ihr auch feuer getippt schillinge ein trank elektrischer generator er gab es noch nie das nice pokémon habe ich heute habe ich noch nicht mal im spiel richter flamingo reverse driftlow reverse und dem last pack magic haben wir ein schnattatatatatatax holo das war das kurste video zwischendurch die sechs booster kam durch die nu pupu vom sonemann hanschlechtnukasieben ich hoffe ihr bleibt am poké war schalte wieder eins denn spätestens wir haben morgen noch weiter an dem montag auf jeden fall wieder in voller power mit carmen und popo weiter let's go come on and catch it on euer pokémoni und lukas 7 mit dir jetzt